Servus und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Reels com mit mir Max Wir glauben der Weihnachtsbaum aus dem alten Heim Cool Okay So, ähm, was ich noch sagen wollte, falls euch die Folgen zu kurz sind, lasst es mich doch bitte wissen, dann habe ich vielleicht zwei Folgen, ähm, zusammen Weil momentan sind sie immer nur so 10-15 Minuten maximal Und falls euch das stört, lasst es mich gerne wissen, dann habe ich mehr Folgen zusammen für euch Falls ihr mehr sehen wollt natürlich Au, wow Au Gib mir wenigstens meinen Hector zurück Du kriegst einen Hector nicht, halt's im Maul Yo Was kann der denn? Der ist schwarz Der ist der Rassismus Ha, der kann gar nix, hehehe Wir werden's nie erfahren Ich möchte wundern, was er ist und dann kriegt er voll auf die Backen Nicht ich Gut, dass die Dinge nicht explodieren, diese Grün Ähm, da liegt ein Toter, okay Da liegt noch ein Toter Ich glaube, wir sind in der Krypto Falls es so heißt, ja ich glaube es ist die Krypto Ja Das wäre für euch mitwoch lieber Ja, ich komm mitwoch, ciao Ja, wir sind ein paar Sekunden Im Krankenhausbereich wurden Eindringlinge gesichtet. Bleiben Sie ruhig, die Situation ist unter Kontrolle. Ob die das durchsagen? Ja, genau. Ah, der Clean-Bot. Schmutz-Alarm. Schmutz-Seitigung erfolgt. Schmutz-Beseitigung erfolgt. Schmutz-Alarm. Türöffner aktiviert. Schmutz-Beseitigung erfolgt. Schmutz-Alarm. Schmutz-Alarm. Komm, Chineser. Schmutz-Beseitigung erfolgt. Türöffner aktiviert. Eindringlinge verwüsten die Krankenhauseinrichtung. Bleiben Sie ruhig, die Situation ist unter Kontrolle. Eindringlinge. Ja, das ist das. So, sehr schön. Alright. Oh, das ist wieder so. Herr Gott, Sakura! Was? Herr Gott, Sakura, alles klar. Na gut, Sakura, ne? Aufhören! Ich bin kerngesund! Entschuldigung! Das Böse lauert überall! Warum? 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 Frage, warum. Warum? Entschuldigung, kennen wir uns? Warum? 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 Jetzt beruhigt euch schon, Kinder. Zieht eure Sanitärschuhe an, sonst werde ich es gelöst. Dieser Bahnhof. Habt ihr ein Problem? Die Einbringlinge haben begonnen, personalen Patienten anzureifen. Bleiben Sie ruhig, die Situation ist unter Kontrolle. Alter, Vater. Au. Und tschüss. Oh, ihr seid wirklich ungezogen, Kinder? Aufhören. Ich bin kerngesund. Ihr müsst jetzt nach Hause gehen, Kinder. Das ist alles ruhig, oder? Oh, hier ist was drauf. Ich fahr! Hey! Entschuldigung. Warum? Warum? Schmutzalarm. Ihr müsst jetzt nach Hause gehen, Kinder. Schmutzbeseitigung erfolgt. Himmel? Nein, was? Wettbewerb! Die Spur der Einbringlinge wurde verloren. Die Situation ist außer Kontrolle. Fahrleck ist jetzt gestattet, aber diskret. Fahrleck ist gestattet, aber diskret. Ich zauereid eure Weihnachttraum. Ja, Mann, die Rentner drehen. Rentnerkarusette. Ab geht's. Ja, und weg damit. Zack. Oh, wow, zwei. Zwei, alter. Katastrophal. Ja, haben wir das auch. Nächstes Mal ist dann die Muko dran und dann sind wir schon wieder bei unserem Bergziel. Ich glaube, viel haben wir dann auch nicht mehr. Ja, dann hoffe ich natürlich, wie immer, hat es euch gefallen. Lasst es mich wissen mit einer Bewertung. Abonniert den Kanal und die Glocke aktiviert, um nichts mehr zu verpassen. Kommentiert auch gern fleißig, wie gesagt, ob ihr vielleicht eine längere Folge haben wollt. Also mit zwei, ja, Missionen nenn ich's mal oder nicht oder ob's so passt von der Länge her. Sind ja immer so circa nur 10 Minuten. Aber ich denke, man ist das leichte Kost, die kann man sich mal gönnen. Und deswegen ist es, denke ich, so das Längere nicht so das. Aber ist ja eure Entscheidung. Deswegen lasst es mich wissen, falls ihr da eine Meinung zu habt. Schaut auch gern wieder beim nächsten Mal vorbei. Wir sind momentan auf der Gamescom, das kann ich jetzt mit Sicherheit sagen. Ja, ähm, ich weiß nicht. Vielleicht werden da auch ein paar Bilder folgen oder ein paar, ähm, Videos, je nachdem. Naja, ihr werdet's auf jeden Fall sehen. Dann macht's gut, bis denn und tschüssi.